Da kann ich jetzt versuchen, mich zu blamieren. Ist es da nicht egal, welche Klasse du nimmst? Ich nehme Heider, ich nehme Mercy. Wer will denn einen Tank machen? Wo ist denn der? Ah, du brauchst keinen Tank. Der ist da, aber der mag keinen Tankspiel eigentlich. Oder besser gesagt, der kann keinen Tankspiel. Ja, ich auch nicht. Ah, du brauchst doch keinen Tank. Nö. Warum Tank? Tank wird völlig überwärtig. Ich hab mal gehört, dass die Saria als Main Tank quasi ungeeignet sei. Aber mal schauen. Oh, irgendwie konnte ich doch hier die Wand hoch, ne? Ja, Leertaste. Ach ja, gedrückt halten, dann war's. Und ich glaub, wenn du dich vorne, vorne herstellst, kann ich dann, ne, bei mir, also hinten. Ja, ich stehe jetzt unten. Okay, egal. Ja, ne, ich glaub, da komm ich auch nicht hoch. Wo, was bist du denn? Doch, hochfliegen kannst du, du musst ihn nur in Streetier nehmen. Ah, na, siehst du? Kann den du uns nicht spielen hier, also es wird jetzt, bist du desaströs. Äh, wer bist du denn? Der Genji. Was ist so? Der hat ja wahrscheinlich bald wieder wechselt. Oh, ich bin wieder runtergesprungen, aber ist egal, ich bin nach unten. Ach. Boah. Ha. Ja. Weiter schossen. Aber Shadow, du hast auch das Video gesehen, was ich dir gestern... Und du hast es ja auch verlinkt, das war auch echt geil, oder? Hat doch was, ja. Ja. Geh mal eben zu unserem Junkrat. Jetzt gerade Russin gegen Russin. Ha. Oh, äh, die Russin greift mich aber an. Bringen sie dann mal zu euch. Na, auf den Heiler. Ja, ist eigentlich so kein Neid. Ich müsste auch eigentlich mal einen anderen Teil ausprobieren, aber ich trau mich immer nicht. Ja, probier mal Lucio, Lucio ist ziemlich gut. Nee, bei Lucio hab ich immer das Gefühl, dass ich nicht weiß, was man da machen muss. Ja, schießt einfach und halts halt automatisch. Du musst versuchen, in der Nähe einfach deiner Leute zu bleiben. Du kannst Leute rutschen. Du hast ein ganz, ganz flusses Geräusch. Du hast ein ganz, ganz flusses Geräusch. Nein, für das Geräusch. Sie haben jetzt zwei Tanks, vorsichtig. Und ne Widowmaker. Ja, vielleicht bergst ich sonst auch Lucio, nachdem ich mal meinen Ult in Hand, der jetzt eh schon bereit ist, mal genutzt hab. Ja, wobei hier auf der Map ja eigentlich Mössler nichts dazu gibt. Ja, eigentlich schon, ne. Da muss man nicht unbedingt Lucio haben. Lucio ist halt super bei diesen, ähm, King of the Hill Maps. Ja. Ich hab irgendwen wieder gelöst. Was hab ich gelesen, da Reinhard, der soll in seinem Schild, eventuell, der hat in seinem Schild sozusagen, wenn er sich bewegt, eventuell kann man ihn dann doch, äh, äh, richtig, richtig stark verbunden hinterm Schild. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei jeder oder ob es bei bestimmten Bewegungen ist. Ich hab mir das Video dazu angeguckt. Ja, das war ja auch noch nicht. Das wäre ja auch noch nicht. Ich hab mir das Video angeguckt. Aber das Video sollte es wohl ziemlich deutlich sein. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich es gewesen habe. Gestern noch heute auf irgendein Gehalten, die man sich halt mal so anguckt. Warum bin ich immer allein? Also ich habe schon mal mehr Kinder als ich gestorben würde. Zeit, ich kann nicht schlecht. Ich wollte ihm mehr als ich erwartet habe. Ah, die haben eine Murphy. Habe ich ihn nochmal umgebracht. Ist sie da ganz alleine? Bist du überhaupt nicht alleine? Nee, bist du gar nicht. Ich stehe hinter dir und bin so gestorben. Komm, wir haben fast vor, als wäre ich im Tank, müsste vorne stehen. Wo bin ich? Hä? Warum konnte ich hier eben nicht weg? Ja, weil wir... Ja. Oh, Tyler. Ich bin da. Danke. Äh, hinter uns. Hinter uns. Hanzo. Hanzo. Jetzt nicht mehr. Uah. Ich bin jetzt nicht mehr. Das ist mein Ultimator. Ich bin jetzt nicht mehr. Oh, das ist mein Ultimator. Ich bin jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Hey. Das ist schwer, das Ding zu holen. Ja. Klar, jetzt bringen wir einfach die Fracht schön nach vorne. Okay. Ich denke, um die Ecke ist wieder ein Handzug. Handzug weg. Schön. Oh ne, die haben eine Mercy gehabt. Da waren sie auch mal in meinem Loch drin. Das klang falsch. Vielleicht hier auf einmal reingepasst. Bilder im Kopf. Da hinten sind wieder Sniper unterwegs. Ich stehe momentan noch mal ein bisschen weit im Kopf. Okay. Ähm. Hm. Ich hab dich. Ich lass einfach den Shadow sterben. Tod? Ja. Ja. Was ist locker? Ja. Macht das Schwarze noch eigentlich auch Schaden? Oder? Ich glaube nicht, oder? Das zieht nur zusammen. Wie viel, meine ich? Okay. Kennen sie natürlich Initialschaden? Ich weiß nicht. Ich meine, wenn ich drin bin, dass dann langsam mein Leben runter geht. Das ist aber halt ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich werde einfach automatisch immer rein heilen. Bin betorft? Ich bin tot. Bin auch tot. Ja. Also der Kopf soll frei sein beim Reinhard? Wenn er so ein Schild hat. Angeblich. Also ich hab mir das Video nicht angeguckt. Aber es kann auch sein, dass vielleicht auch gestern oder vorgestern war. Das kann natürlich auch sein, dass sie ist... Ich meine so was... Ach scheiße. Ich bin runtergefahren, weil ich nie aufgepasst hab. Es kann natürlich auch sein, dass sie so was am Rett schnell fixt ist. Aber das wäre echt. Ja. Außer es ist gewollt. Aber das wäre echt. Ich hab dir nicht. Ja. Ich hab dir nicht. Nee, mich nicht. Nee, die wichtigen. Wo ich Tank spielen muss, wo ich das so hasse. Ach komm. Also hier in Overwatch Tank spielen ist aber auch echt nicht so schlimm. Also ich muss sagen, hier mag ich es gar nicht. In GOW und so finde ich es total klasse. Ja, okay. Okay. Danke. Irgendwer ist da gerade... Nee, Sekunde zu spät gestorben. Das tut mir aber egal. Mhm. Eiii. Die Russen... Die Russen... Ich muss mal hinbekommen gehen. Die Russen... So, jetzt. Aber, komm. Ist das unser oder der? Der. Ich hab die alle im Loch. Ja, vollett, vollett. Ja. Mein Loch ist tödlich. Oh, Dominik. Ganz gut in allen Charakterspielen. Ich hatte keine Wahl. Erinnerung zu den trashigen 80er Jahre. Oh Gott. Ja, das könnte jetzt am Ende gewesen sein. Der ist wie. Danke nochmal. Ja, das hab ich auch schon gemacht, was du da machst. Das ist ziemlich klasse. Oh, das ist Lügel. Ja, sehr schön, Courtney. Ja, sehr schön, Courtney. Ja, zurecht. Ich hab meinen Reifling da noch reingeworfen. Ach, ja. Ich hab überall grüne Zahlen. Ich hab mich überall verbessert. Wie erstaunlich. Ja, weil sie noch nie gespielt haben. Doch, ich hab sie ja einmal gespielt. Zufällig beim Mystery Brawl. Ja, super. Für drei Sekunden oder so war er mir der gestorben. Bei diesem Mystery Brawl hab ich ständig Roadhog und den Affen bekommen. Egal ob Attack oder Defense. Ich hatte immer Widowaker. Mit der kann ich so gar nichts anfangen. Ich bin einfach mal sofort tot. Ich war grad Heiler. Ich war, ich war Team Team Leam, der sich. Okay, ich heil die, äh bin aber diesmal kein Tank. Okay, dann, dann tank ich sonst, nicht mindestens. Aber es ist gerade eh nur Skirmish. Nee. Reif? Doch, stop. Was? Ja, auch Skirmish. Man kann hier auf den Schienen laufen. Aber da stand doch eben Defense. Ja, aber das steht ja trotzdem dabei, auch wenn du noch im Skirmel sprichst, das muss ja auf irgendeiner Seite sein. Jetzt steht aber Rating for Players. Ja, also ich vermute auch, da sind halt gerade eben dann noch kurzfristig gut heraus aus dem anderen Team, weil die einfach wissen, dass wir zu imber für sie sind. Wow, die Widowmaker gerade war aber klasse. Jetzt geht's los. Ein bisschen frustriert waren die wohl, ja. Ja. Wir sind ja auch super eingespielt. Mhm. Mega. Mhm. Obwohl, ich hätte ja auch mal ganz gerne Symmetra an der Verteidigung genommen. Du meinst Saria? Ja, dann haben wir keinen Tank. Dafür aber gut, wir haben momentan ein Tor. Aber da fällt mir ein Port und ein paar Turrets. Ja, aber keine... Ja, dann mache ich Tank. Dann bringen die aber schön direkt am Tor und so an. Äh, ja, ich bring die am Tor vor allem an, äh, um möglichst schnell erstmal einmal den Ultimate vollzukriegen. Guck mal, weiß, wer geht's durch? Ich meine, ne? Den ersten Durchgang. Ja, ja. Ja, ich bin schon. Und fühlst du auf deren Seite mit dir aussehen. Mit Loch an der Wand oder so. Oder dass der Video bei seiner eigenen Lecker spielt. Ja, einmal hier so am rechten Rand des Lochs und dann am linken Rand. Wo sich dem ist mir ja sein Gefallen erfüllt. Ich denke an, du bekommst mit der Zeit ein bisschen mehr, ne? Ja. Ich kann jetzt schon drei machen. Ja. Du überlegst nur... Maximal ist, glaube ich, sechs. Bist du sechs, ja. Und wovon hängt das überhaupt ab? Zeit. Von der Zeit. Du hast du so einen kleinen Ring, der da... Am besten klein bisschen auseinander, also nicht direkt so, weil ich würde so ein bisschen so... Stimmt. Bisschen auseinander, damit du nicht mit einem Schuss die auseinandernehmen, ne? Ja. Ähm, dann mache ich mir eben auch noch kurz hier vorne einhören. Also, was du machen kannst, ist sechs gleichzeitig haben. Aber du hast, der Coo-Dawn lädt sich nur bis drei aus, drei Aufladungen. Genau. Und aufs Auto kommt auch noch einer. Okay, die ersten sind schon kaputt. Uaaaaah. Kann ich das Schild nicht direkt wieder aufmachen, wenn... Das wird ja mit der Zeit kaputt gestopfen und wird dann lädt sich jetzt langsam wieder auf. Also, du kannst das nicht ununterbrochen. Hinter uns! Ich hab's einfach nur noch losgelassen. Nee. Dann kannst du dich eigentlich direkt wieder aufmachen, wenn du noch zu kurz brauchst. So, der ist tot. Wir werden geflankt. Ach, ich bin tot. Nein. Okay. Ähm... Im Ding ist... Von hinten kommt einer. Äh, ne Diva. Ja. Ja. Entspielt Diva. Aber noch zu kurz. Äh, der Teleporter ist heute online. Du bist ja auch nicht mehr auf dem Tee-Mail. Ich weiß nicht wie lang der jetzt auf dem Tee-Mail. Oh man. Irgendwas Sniperino-mäßig? Teleporter. Der Teleporter ist mit Benutzung, ne? Ja, mhm. Kann fliegen. Ich hab unserem Tank bei ihm ein Schild gegeben. Oh, ich hab jetzt, äh, Ultimae. Hochstehen. Los. Und Helmhoff. Ich bring die Laser jetzt mal ein bisschen vom Dings ab an. Kann ich aber trotzdem, wenn du so weit weg rennst, nicht heilen. Äh, da ist einer durch. Wo? Ähm, nicht so seitlich im Gebäude leben in diesem Spot dran sein vermutlich. Oh ja, oben einer, hinten. Äh, ne, ja. Ops. Oh, das war da. Ich find's ja geil, dass man hier in der Vorfahrer hält ja schon viel mehr da durch, als ich dachte. Weil ich hier eigentlich die Scheiße positioniert hab. Ich glaub, sterben kann dauern nicht so viel da, oder? Ja, aber... Außer ich. Ja, ich hätte, ich hätte aber gedacht, dass halt, wie ich da den kaputt mache. Ach so, meinst du, ja. Boah. Was schießt mich? Ah, da links steht ein Schneider. Ja, den hab ich versucht zu kriegen, aber die Raketen versammelt. Heiler ist down. Und Teleporter ist weg. Ja. Oh, wo seid ihr alle? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein. Dann renn lieber weg. Ach ja, wenn ich nicht an irgendwelchen Ecken wieder hängen bleibe. Nein. Ich bin tot. Oh! Nicht mehr! Können wir auch halten? Nein. Oh, hier! Ich bin tot hier! Da rennst du und Reinhard rum. Ja. Und ne Tracer. Du bist tot. Du bist tot. Heil mich, Heil mich. Ja. Komm her, komm her! Danke. Heil. Das ging seitdem. Hm! Ne, aber die sind schon hier vorne. Schön. Ich finde immer noch so, dass die Zeichnung für den Arsch ist. damit wir wieder beim alten thema weg ist soweit der weg ist das ziel wieder weg jetzt die haben zwei reine jetzt bewegen sich schnell vorwärts ich glaube wir sind ziemlich viele tot ich bin immer noch überlegen ob ich jetzt auf tourbillon wechseln warum nicht ja mein ultimate ist gerade bereit jetzt noch hin und warten halt kurz ab total ist halt jetzt nicht mehr so effektiv ja eigentlich ist es einfach nicht so dass es nur zu gewinnen ist richtig nett ist der ultimate ich stelle den teleporter quasi ja steht ich baue nur mal eben einmal ganz kurz so ein bisschen um die teleporter zu schützen also mal die 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 уса ener Ich denke dann, wenn ihr einfach nur im Faden versteht, das kann man nicht gegenseitig sein. Mal gucken, die werden wahrscheinlich... Äh, verbieten! Ah, bei diesem Scheiße, den kann ich überhaupt nie sehen, wo das jetzt genau sein soll. Da, wo das, äh, Wahn-Dreieck ist. Teleporter steht noch. Ja, aber wenn man rauskommt, ist man recht. Teleporter ist so schlecht, ja. Ich glaube, er hat dich runtergeworfen. Ist er wirklich wieder auch mal runtergefallen? Ja. Ähm, ich wechsle jetzt auf Torbjörn. Tot. Oder nehme ich... Ne, ich nehme Bestchen. Ja, ist Bestchen. Ja, Scheiße, egal. Es geht ums Gewinnen und nicht darum... Außerdem habe ich Bestchen und Morgenröte und der ist dadurch so schön rosa. Oh, nein, das gibt's doch nicht. Wir haben ja auch einen. Ja. Bestchen? Oder? Ja, wir müssen an den Halo dran. Sonst fällt er nicht an. ... Ja, der hat dann irgendwo nicht gewusst. Ja, ich bin halt nur der Tag. richtig gut ja das war doch kein highlight kann ich jetzt schon wagen okay naja kann man vertreten ich hab doch nicht dachte ich wäre versichtlich aus der gruppe gegangen